So, das haben wir wieder. Glauben wir mal den Typen an da. Malaka, wenn das nicht die Adlerfrau persönlich ist. Du bist groß geworden, Kassandra. Und du bist alt geworden, Fotios der Hundeatem. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Sage mir, werden Söldner hier besser bezahlt als auf Käferlenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell. Und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Von wegen Pause. Heute ist es genau wie früher. Die Arbeit ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire. Eine Spende des thrakischen Königs. Die Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein. Aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire. Und ich zahle dir viel mehr, als du aus Käferlenia gewöhnt bist. Also gut. Ich helfe dir. Aber... Aber was? Bussi aufs Bauch. Ja. Ich bin da raus. Ja, Halligalli. Ich habe Bussi, Bussi links, Bussi rechts. Ist das da mehr. Und das... Ja. Ich brauche aber Kohle. Du weißt, dass meine Hilfe nicht billig ist, Photios. Du warst immer zuverlässig. Tödlich und geldgierig, aber zuverlässig. Gut, ich jage also Priester. Wo fang ich an? Priester sind keine Diebe. Wahrscheinlich verstecken sie sich, wo es ruhig ist. Such in den Höhlen westlich von hier. Westlich von hier, okay. Schauen wir mal. Da fällt mir ein, ich fand einen toten Priester. Er hatte einen Brief bei sich. Ja, brat mir einen Storch und nenn mich Hermes. Sie waren es. Was stand drin? Dass sie zur Despina-Festung wollen, um ihre Beute zu verkaufen. Dort gehe ich auch hin. Wohin? Kassandra? Ich hab's jetzt... Kassandra? Oh, ich hab's nicht mit den Bildern. Ich hab's jetzt nicht mit den Bildern. Ich hab's jetzt nicht mit den Bildern. Ich hab's jetzt nicht mit den Bildern. Ok. Es wird nicht lange. Da? 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 Okay. Äh. Äh. Hm? Super, was wir gewisst haben? Ah, das ist versäumt. Da. Äh. 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 Platz da. Weg da. Platz da. Ja, wo ist unser Gaule, Alter? Wie schnell ist das Pferd? Das kann es ja nicht sein, oder? Was ist lecker? Ja. Wie. Wie. Hopper, wiegt er. Wie. Das ist Fertig. Dann müssen wir besser kommen. Komm. Komm schon. Hopp. Wie. Wie. Hoppala. So. Hallo? Pferdchen? Wie. Wie. Warum ist das Reittier nicht verfügbar? Jetzt frage ich mich. Ui. Ui. Wie. 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 Find ja noch eine Pause. Ach, jetzt geht's wieder, glaub ich. Tja. Pferdchen? Oh. Tja. So nachtragend, ne? Schnauze. Ich bin ein Pech. matz da sehr gut dass er was einstecken wie traurig er schon unser pferd ist wieder geheilt alles ist ein neues pferd ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich steht irgendwann Nummer oben. So wie Ella 3.5 oder so genau. Los! Die kleine... Ella, Ella, Ella. Ella, Ella, da bist du weh. Ikarus, okay. Da geht's auf. So. Plopp, plopp, plopp. Plopp. Na, plopp. Und weiter. Wolfi, lass mich drüber. Wolfi, eh. Sieht in der Bär da. Ah, ich steig ab. Das ist nicht so gut. Ich bin ja da, also. So. Na, Ruhe ist. Schaden bei dir. So. Icarus, Ika, 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 Ika. Es sind echt viele Leute hier, ne? Ah, wir stecken uns im Busch. Ich sehe sie. Hm. Haben die Bude gerade noch sein Auto genommen? Traurig. Da. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Es sind echt viele Leute hier, ne? Ja. Okay. Da ist einer. Und los geht's. Kassandra. Kassandra. Kassandra Wanda. Kassandra. Kassandra. Feuer. Hui. Hui. Spritzpartie. Ah. Mondstein, Flieg und Sieg. Na. Gar. Hui. Kepum. Ah, okay. Krieg mal ein Stück nach runter! Bitte! Du wirst nachhelfen. Komm gleich zu dir, warte mal. So! Wo denn? Wo denn? Diese Aggressivität! So! Hoppala! Ah, zack! Oh, du kommst da schon, ne? Dann können wir mal mit dem Speer wieder zurück. Weiß ich nicht. Könnt ihr nicht mal mit dem Speer, ne? So. Na, 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 na! In bin ich die Kassandra da! Wie ist er an Bärli? Käfig. Das der Loni? Malone? Ich bin klar, du weiter. Halt die Schnauze, oder? Schnauze Schnauze So Uns ja keiner gehört, ne? So, sehr gut Ah, da ist er, cool Oh, lecker Na, kann man da nicht draufklettern jetzt? Kassandra? Na? Ebenig ist die Kassandra. Das ist Miranda. Und tschüss. Die gleichen loswerden da irgendwie. Warte mal. So. Das mag gar nicht. Mann, 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 Mann. Wieso geht das nicht so richtig, wie ich das mag? Schmeißen runter jetzt Kassandra. So. Hm. Musst du jetzt da runter? Ach, geh. Fick dich da. Hä? Das ist ein Scheiß, wo der Schuss herkam, Mann. Das ist ein Scheiß. Oh. Das ist ein Scheiß, Mann. Das ist ein Scheiß, Mann. Das ist ein Scheiß, Mann. Das ist ein Scheiß. Das ist ein Scheiß, Mann. Ach, Mann. Etwas. Was? Was? Berichte. Meine Spur. Die Spur ist noch frisch. Weiter. Ich höre und gehorche. Ach, nö. Ich hätte schwören können, dass einer hier war. Dann schwöre mal weiter. So. Die senden gleich den Typen da. Dann ist Rampazamba da, ne? Die senden gleich den Typen. Sieg! Aha! Ja! Ja! Isang! Ja! Mano! Du! Los! Ja! Ja! Komm her! Hoppala! Gemontes Feuer manipulieren, glaube ich, som besten. Nein, nein, nein! Das heißt, Fiek! Sparta! Kannst nicht ewig! Du versteckst den Tee von mir oder? Weiter! Hast du das gesehen? Ich bin zu schnell, ich was? Falle legen? So! Ich entzünde das Leuchtfeuer zu mir! Ich bin bereit! Versuch doch mich zu schlagen! Ach! Was passiert denn jetzt, so? Den Typen? Nö! Hilfe, verdammt! Bei den Göttern! Hilfe! Der Bier ist los. Geh. Das wird ein Kinderspiel. Ja, komm her. Ich werde mein schluchtes Geschirr. Die Konkurrenz dezimieren und gleichzeitig... Gleich hat der Schmerz ein Ende. Da kommt Maganda. Das ist ein Schmerz. Meine Schmerz! Scheiße! Es brennt! Ja, f*** dich, Alter. Bleib stehen! Danke. Ich nehme die Brüder auseinander. Einfach da. Siehst du? Da spüle ich mit der Brüder. Das geht ja. Aber das ist ja leicht, ne? Eigentlich. So. Der Teppstück ist noch immer da unten. Bei dem kommt's Geld, bist du nirgendsicher! So. 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 Ja, bleib so. Ja, schön. Hoppana. Na? Mit den Schatten deiner Selbstmacht. Zu leichtes Spiel, ne? So. So. Und Cassandra, wir gehen wieder nach oben schöpfen. So. Spiele haben wir ja nicht mehr, ne? Die Leute hier. So. Na, 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 na. Na, 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 na. Cassandra. Cassandra, unser Held in der Pumpkin-Dschungelwelt. Hoppala. Starts, Schatz. Gehört mir. Alles meins. 4.000 haben wir jetzt gekriegt, oder? Ja, klar. 23.000 haben wir jetzt. Boah, egal. So. Da unten ist noch halt der Dings, ne? Die Rubine. Hier sind sie. Ein bisschen blutig. Aber sie glänzen noch wie Saphire. Mhm. So, aber wenn wir da jetzt da oben... So, 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 so. Aber... Die aggressive Cassandra ist wieder unterwegs. Da waren wir schon mal irgendwann, ne? Oh, ist ja schon länger her. So. Durchsuchen. Cash in the dash. Cassandra. Feuertäufel, Cassandra, so. Warte, da ist ja einer. Warte mal. Ja, ja, was machst du jetzt? Was? Cassandra. Da. Und da. Hat das weh? Du bist ein Wichs. Und du bist der Spritzer. nicht wirklich wo bist du bist du stirbt mir nicht ich wollte ein bisschen anheuern so ich hab so gemacht drüben wohl was fliegt mal rüber da la 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 entschuldigen dann töte das ist wieder energie ich nehme ihre pferde auf die pferde die sind auf die goschen trägst du noch ein scheiße das war einer zu viel entschuldigung da verli da ist jemand komm her na 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 und gezündelt wird was ich gesagt das ist heiß da war haben wir jetzt soweit alles abgegrast hier die festung ist geschichte das andere tier wird doch stimmen irgendwo und da wird einer egal und müssen wir hin dahin ist der himmel da da ist er es lohnt sich zu erledigen ja 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 Oh, dann juckt die Nase. Komm gleich. Hüah, huah. Hüah, huah. Hüah, huah. Hüah, huah. So. Hilf dir, verdammt doch mal. Du hast keine Chance. Oh, keine Pfeile. Hoppala. Herr Sandra, was machst du denn da? Für Sachen. So. Wo ist denn? Das müssen wir rechnen. Und dann gehen wir nach oben. Nach oben. Scheiß, wie ist denn da? Ich mach's ganz schnell. Scheiß. Ja, Icarus macht ein Foto von dir. Zack. Ich hol mir mein Geld schon noch. Komm, wir ran da. Das wäre so einfach. Aber ich will sie ja dingsen, ne? Dingenzen. Auf der Mauer, auf der Mauer sitzt die kleine Cassandra. Dann mal die Cassandra an. Wie die Cassandra tanzen kann. Ah. Guck mal die Nightrider. Und jetzt noch einer. Ja, was machst du denn da unten? Hallo. Ich bin doch nicht das Apfelschneiderlein. Hör auf. Warte mal. Geh fuck, oder? Ihr Arschgeigen, Alter. Das kannst du ja... Ich hab dir alles so schön vorbereitet gehabt. Und dann kommt's ihr da her. Mach's mir alles zunichte. Ich wollte dich gerade anheuern. Oh, Mann. Bla, 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 bla. So, komm her, da. Ich hole dich auf den Deckel, Alter. Komm her, da, komm her. Schaschgeil, ey. So. Super. Na, voll, ja? Ich weiß, dass er lang gewartet, ne? Komm mit, Schatzi. Das wollte ich nicht. Na, super. Kommt jetzt der Nächste, oder was? Ja, da ist er. Da ist er. Mach das raus! Ne? Nein. Ich bin ein bisschen mit einem Kinschraub, da. Ja. 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 so was das andere hat keine Zeit mehr für die scheiße red ich mal um kommen wir jetzt noch mal weiter oder was in der grüße aber trotzdem vielleicht Wir setzen bald Segel. Wenn du mit willst, sei pünktlich. Ah, ein Furz-Eimer. Ah, Reit ist hier nicht verfügbar. Auf die Straße und zum Ort. Grüß euch. 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 Jawoll. Du hast keine Macht, du Mensch. Und ich bin E-Man. Malakka. So. Wo ist denn da Pferd? Hopp. Ja, das geht nicht. Ich dachte, wir können raufspringen. Und los geht's. Los da. Malakka laakka. Takalaakka laakka. Etterete. Etterete. Laster. Na. Kopfgelder, ja, 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 wissen wir schon. Shit. Läuft da etwa einer? No? Okay. So, wie weit ist denn das noch weit weg? Läuft mich doch. Ist das scheiße weit weg. Komm schon mal. Da müssen wir reinmachen, oder? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Du, 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 du Jetzt haben wir den Karspieler angehört und ich bin da ganz am Marsch der Welt, warte mal. Gibt's hier nen Teleport, ne? So einfach kann das gehen, ne? So. So. Ah, mehr gibt mir jetzt. Ah, mehr macht dann wiederarlos. So. Tschüss. Sie sind da hinten Da ist das Ende der Folge Ah, okay Na gut, muss ja aufhören Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao